Hier ist Wolf und willkommen bei einem weiteren Auspack-Video. Heute packen wir wieder die Dragons-Eier aus. Ich wollte mir eigentlich sechs holen, wir haben nur dreie bekommen. Also wieder ein kurzes Uniboxing, oder Uniboxing, wie es klingt, wie es auch immer heißen mag. Übrigens, die Woche Samstag auch wieder School of Dragons, nicht vergessen. Und was ich auch noch gerne mal wissen würde, wenn ich so für Dragons interessiert, heißt es. Was ist denn euer Lieblingsdrache und was ist euer Lieblingsreiter? Mein Lieblingsdrache ist Sturmfeil und mein Lieblingsreiter ist Higgs. Also gut, wollen wir nicht weiter hin und her schwafeln. Wollen wir gleich mal anfangen und hier haben wir heute mal ein Ei mit Sturmfeil drauf. Ja, sehr gut, schön anzusehen. Und ich bin gleich gespannt, was drin ist. Schade, dass die Bilder immer so abzureißen sind. Auf jeden Fall, unten ist Pulling drin, wie immer. Und ich habe dieser Ohne-Zahn-Fingerhut drin. Den hatte ich letztes Mal schon drin. Hier, man erinnert sich, mir fehlt eigentlich nur noch Sturmfeil und der Gronkel. Und den Tuck-Schatten-Fingerhut. Das sind die, die mir noch fehlen. Natürlich, die ich doppelt kriege, die packe ich mir zur Seite. Da werde ich nochmal zwei weitere Sammlungen anfangen. Ja, dass ihr Bescheid wisst. Wir werden diesmal so ein bisschen abwechseln, weil ich ja zwei Sturmfeil-Eier habe. Hier haben wir einmal mit dem Tuck-Schatten und der hat leider jetzt schon einen Knick in der Optik. Ja, mit dem Pulling, der auch noch schon einen Knick in der Optik hat. Der arme Tuck-Schatten, würde ich mal sagen. Mit dem machen wir mal gleich mal weiter. Ich werde mal gucken, ob hier vielleicht noch ein Ei komplett was abbekommen hat. Also, Pudding scheint heil zu sein. Und ich habe wieder mal einen ohne Zahn. Ich würde mal sagen, den habe ich auch schon. Also, die bekomme ich schon fast wieder eine zweite Sammlung zusammen. Davon. Ich war ja seit der Sammlung, bis ich die drei Sammlungen komplett habe. Also wird es auch immerhin mal wieder ein Auspack-Video geben. Also, hier ist nochmal Sturmfeil. Und ich hoffe, dass diesmal was Neues drin ist. Und jetzt hier ist was Neues drin, was ich noch nicht habe. Sturmfeil. Hier fehlt mir nur noch der Gronkel und der Tuck-Schatten-Fingerhut. Also, ich zeige nochmal. Die beiden fehlen mir nur noch. Und wie gesagt, ich werde trotzdem weiter sammeln. Auch wenn ich die habe. Weil ich möchte noch zwei Sammlungen voll machen. Und ich möchte auch noch einmal den Tuck-Schatten, den Sitzenden, für eine Freundin sammeln. Dann sage ich mal, man hört und stört sich mit Pudding und so weiter. Bis zum nächsten Video. Das war das Uniboxing von Dragons. Und man sieht's jetzt, sieht's ich. Bye.